Moin ihr Lieben! Schön, dass ihr am Start seid. Ich muss eingestehen, ich nehme das Intro gerade nach dem Video auf, weil ich es verplant habe. Aber das ist nicht schlimm, das habe ich schon folgende Informationen für euch. Also, dass wir bei Marise heute essen, das wisst ihr aus dem Titel. Ich wollte eigentlich auch noch zu Mehmet und zu Wachtelburg. Wird aber nix, weil das Video einfach zu lange ging. Aber ich bitte euch in den Kommentaren, haut mal rein. Zum einen, wie euch dieses Format gefällt, Holle der Restauranttester. Das würde mich brennend interessieren, ob ihr da Bock weiterhin drauf habt. Ja und was ich beim nächsten Mal besser machen kann, was euch gut gefallen hat, das sowieso. Haut mal ein bisschen ordentlich Kritik gerne rein, was ihr euch noch gewünscht hättet. Und ja, dann geht's nächstes Mal, wenn das Video euch gefällt, auch noch zu Wachtelburg und zu Mehmet, meinen ersten Döneressen seit fünf Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich keinen Döner gegessen habe. Aber jetzt geht's erst mal rüber zum Mariso, obwohl ich schon da war. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir vergesst das jetzt einfach mal. Und ja, viel Spaß beim Video. Es ist soweit, es ist soweit. Meine heftige Kackfresser am Start. Mariso am Start. So sieht das Ganze von draußen aus. Bämli bäm. Bam. Bam. Und jetzt gehen wir mal rein. Also hier draußen kann ich euch sagen, kann man babamäßig sitzen. Babamäßig. Hallöchen. Buongiorno. So, Chef ist heute nicht da, aber ich habe schon angekündigt, Küchencrew am Start. Die kochen auch schon. Darf ich zu euch kurz in die Küche kommen, Jungs? Perfekt, perfekt. Sehr gut. Ich zeige euch hier mal. Offene Küche, das ist natürlich immer geil. So, unser Chef kochst die Zauberer. Zap, zap. Ja, was zaubert ihr denn gerade Schönes hier? Eine schöne Suppe. Celery-Suppe. Mmh, yummy, yummy. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich essen soll. Wenn immer spontan. Was haben wir hier im großen Topf? Das ist so die Basis. Ist das die Basis für viele Dings, ne? Man kocht ja immer vor. So habe ich mir sagen lassen in der Küche. Das macht Sinn. Hier auch schon ein bisschen vorgeschnibbelt. Wann seid ihr immer in der Küche? Wann müsst ihr immer vorbereiten hier alles? Um zehn. Um zehn? Okay. Und dann den ganzen Tag durch bis abends? Ja. Okay, gut. Ja, aber kochen, glaube ich, harter Job. Mein Vater war früher Koch. Der hat gesagt, schlimmster Job überhaupt. So vom Stresslevel und so, ne? Buongiorno. Buongiorno. Oh, meine Traumfrau hier am Start. Wo darf ich denn hinsetzen? Wo ist am besten? So, nehmen wir hier mal die Ecke ein, Leute. Zapdi-zap. So, ab geht's. Jetzt kommt die schlimmste Phase, die Entscheidungsphase, was ich erst sehe. Ich dachte erst, ich gucke mir vorher die Karte an, aber ich mache alles real. Ich kann mich immer nicht entscheiden, sage ich euch. Schlimmstes bei mir. Ich müsste irgendwie Entscheidungsfinder immer dabei haben. Oder eine Frau, die mir sagt, du isst jetzt das, du isst jetzt das. Aber ihr wisst ja, alles nicht so leicht mit den Frauen. Warten wir mal auf die Karte. Ah, perfekt. Dankeschön, Dankeschön. Ich nehme ein stilles Wasser, bitte. Ein kleines stilles Wasser. Also ich filme euch jetzt nicht die Karte ab. Einfach aus dem Grund, dass jeder auf die Seite gehen kann bei Mariso und sich das in Ruhe angucken kann. Ich hatte erst überlegt, auf ganz schlau euch die Karte abzufilmen, aber Masterbrain hat es sich anders überlegt. Im Moment bin ich auf Nudeltrip. Ich sag's euch, im Moment haut mir voll gerne Nudeln rein. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Und noch Fleisch. Fleisch muss sein jetzt, weil ich beim Sport war. Entscheidung ist getroffen. Linguine? Wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen. Almariso mit Scampi, Parma, Schinken, Knoblauch in Weißweinsoße. Das wird sein. Ja, man. Bisschen Proteinski noch dabei. Ich muss gleich erstmal pinkeln nochmal. Ich sag euch, ich hab so einen Tick, ich muss jedes Mal vom Essen, muss ich auf Toilette alles rauslassen. Sonst kann ich nicht essen. Oberstes Gebot bei mir. Dankeschön, Dankeschön. Lecker. Jetzt gibt's Brot dazu, kleines Wasser, eine Soße. Sag, man weiß, was ich schon immer mal fragen wollte. Du musst mal bitte einmal in die Kamera mitkommen. Bist du schüchtern? Du bist bestimmt vergeben, ne? Ja, natürlich. Sonst hätte ich dich jetzt zum Essen eingeladen. Auf Billys Nacken. Ja, das war nichts du, ne? Ja, gut. Okay. Aber einmal noch in die Kamera gucken. Einmal noch. Das ist gerade so ein bisschen hoch. Hier, meine Traumfrau. Wirklich. Also ohne Scheiß. Wenn du nicht vergeben wär's, ich würde sofort. Ja, das stimmt. Hier findet jemand. So sieht das jetzt aus hier. Mal umklappen den Shit. Ja, man. Schönes Brot. Schönes Sauce. So, weiter geht's. Hier noch einmal der wunderschöne Feuerlöscher. Eine, wie sagt man? Ach, mir fällt das Wort nicht ein. Viel, viel Wein. Lecker, lecker. Schmecker für die Weinkenner. Ja, ich guck mal eben in die Küche, was die Jungs machen. Ob die schon mit meinem Essen dabei sind. Hier nochmal so ein kleiner Überblick. Einmal nochmal in die Ecke rein. So sieht das hier hinten noch aus. Auch noch ein, zwei Plätzchen. Na, seid ihr schon bei meinem Essen dabei, Jungs? Ja, ich guck mal eben. So sieht das hier aus. Da läuft dann das Wasser im Mund zusammen, sag ich dir ehrlich. Die, ich hatte Linguine. Wie wird das ausgesprochen? Sag mal Linguine mit paar Maschinen. Ist richtig, ne? Ja, Linguine Marisa. Habt ihr da schon was angefangen? Hatte ich da schon was ab... Noch nie, aber komm noch. Komm noch, ne? Okay, dann komm ich in fünf Minuten nochmal wieder, Jungs. Lass euch nicht nerven von mir. Nicht, dass Fehler passieren. Das kann immer schnell gehen, ne? Ja, normal. Sag mal ehrlich, kommt oft was in der Küche zurück, wo jemand sagt, oh, es ist ein Fehler passiert. Es ist ja, kann ja mal passieren, ne? Ja, normal machen wir es für hohe Leute. Ja, ne? Jetzt war ich woanders essen. Die haben gesagt, gebe ich weiter an den Koch und dann kam gar nichts Neues. Nicht mal eine Entschuldigung. Woanders aber, ne? Unglaublich, ne? So, ja. Ich sag euch ehrlich, dieser Duft hier alleine schon. Das ist ein Gedicht. Ein Gedicht ist das. Habt ihr eigentlich auch Bratkartoffeln? Bratkartoffeln macht ihr das auch? Ne, ne? Ja, Bratkartoffeln, Rostkartoffeln, Piree. Ah, ich sag dir Bratkartoffeln, eins meiner Lieblingsgerichte. Ah, wir waren keine deutschen Restaurantsgruppe. Stimmt, nachher kommt ihr hier noch Schutzgeld. Erpressung. So, guckt euch das an. Zwar jetzt nicht mein Essen, aber ne andere Bestellung. Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, weiß ich auch nicht. Das sieht gut aus, ne? Ja. Das ist unser Mittagstisch. Mittagstisch ist das? Ja, wenn man Kutter, zweimal Kutter und dann Fisch am Gelachs. Ah. Wann ist dann immer Mittagstisch, jeden Tag? Also von Unter bis Freitag, 12 bis 14.30 Uhr. Ja, um mal ein bisschen Werbung nebenbei zu streuen. Perfekt, ja. Dann gucken wir mal. Gleich kommt bestimmt mein Essen. Oh ja, da kommt mein Essen. Mh, schön scampi schon drin. Ja. Da kommen noch Nudeln dazu. Da bin ich gespannt, wie das schmeckt, Leute. Ihr kriegt gleich eine ausführliche Meldung von mir. Wir brauchen ja, dass es gut schmeckt. Bestimmt. Aber das Gericht habe ich noch nicht gegessen. Erstes Mal. Ich probiere immer gern auch mal was anderes aus. Ich bin nicht so der immer das Gleiche. Das ist wie mit den Frauen, weißt du? Da möchte man auch gern mal ein bisschen Abwechslung. Ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, das sind nicht meine Worte. Ich gehe doch auch nicht jeden Tag in den Supermarkt und kaufe die gleiche Milch. Wobei das Beispiel mit Milch eigentlich völlig dämlich ist. Ja, also ich hätte ein anderes Beispiel vielleicht gewählt. Wobei ich eigentlich auch Fan bin von einer Langzeitbeziehung. Nur mal ganz kurz hingestellt. So, Jungs aus der Küche genug genervt. Ich sage euch nochmal meine goldenen Regeln beim Essen. Zum einen Brot esse ich immer erst oder generell Beilagen, wenn das Hauptessen da ist. Weil sonst, gut, jeder macht das anders. Muss man natürlich nicht so machen. Ich mache das immer so. Weil sonst geht mir der Haupt-Hunger quasi aufs Essen verloren. Und ich weiß auch nie, wann das Essen kommt. Manchmal braucht das ewig, dann habe ich gar keinen Hunger mehr. Und so dieses Anfängliche, wo man richtig Bock drauf hat, das geht dann irgendwie weg. Ja, Wasser kann ich euch sagen. Ich bestelle eigentlich nie Wasser oder Trinken zum Essen. Nicht, weil ich geizig bin, sondern weil ich eigentlich nie was zum Essen trinke. Also sagen wir immer so, ein von sechs Mal schon. Aber selten einfach nur. Ja, aber wenn ich es jetzt schon stehen habe. Oh, was ist es da? Ah, danke schön, danke schön. Das fülle ich gleich erst mal ab. Vielen Dank. Jetzt passt mal auf. Oh ja, so sieht das aus, ihr Lieben. So lobe ich mir das. So gebührt es mir. Nochmal schön mit Parmesan drum gestreut. Ich hoffe, das sieht man hier von der Belichtung gut. Dann wollen wir mal essen. So, Live-Reaction jetzt von mir. Linguine mit paar Maschinken. Scampi in einer zarten Weißweinsauce. Erstmal die Linguine. Wahrscheinlich spreche ich es immer noch die ganze Zeit falsch aus, aber egal. Ja. Ich werde erst mal zwei Sachen. Linguine al dente. Linguine al dente. Das Essen ist sehr heiß. Mein Vater hat immer gesagt. Ihr wisst ja, mein Vater war Koch. Wenn das Essen nicht heiß ist, kannst du es gleich in den Müll schmeißen. Schön heiß. Der Parmaschinken dazwischen. Das sind so kleine Streifen. Perfekt. Ergänzt sich zu tausend Prozent zu den Nudeln. Man hat so einen leichten Biss da drin, wo ich erst gar nicht gepeilt habe. Was ist das denn kurz geschmeckt, der Parmaschinken? Schon mal babamäßig. Scampi. Ich weiß nicht, ob das irgendwelchen Kennern was sagt oder nicht. Ich flash mich ja immer rein, so wie in einer Fernsehsendung oder so. Das zeigen die auch immer von innen. So, Spaß beiseite. Billy, wenn du das siehst, deine Küchenleute sind Magier. Ja, es ist echt. Und dann kriegt das Essen wahrscheinlich nicht mal gratis. Also ich sag das nur so. Also ich sag das, weil es wirklich so ist. Es schmeckt heftig. Diese Soße, diese Weißweinsoße. Ich finde, manchmal traut man sich da nicht so ganz ran. Gerade wenn man keinen Wein trinkt oder so. Weil dann assoziiert man das immer so mit diesem Weingeschmack. Ist aber überhaupt nicht so. Die Soße ist einfach, ich kann es nicht beschreiben. Schmeckt nicht nach Wein. Schmeckt einfach geil. Dazu noch diese leichte, der leichte Parmesan dazu. Also echt, echt ein mega heftiges Gericht. Und da bin ich mal wieder dankbar, dass ich andere Sachen mal probiere. Ich probiere zu gern andere Sachen. Manchmal kann ich mich nicht von selber überzeugen. Es ist dann wieder das Gleiche. Ich freue mich immer, was Neues zu probieren. Ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt. Ein Gedicht. Es ist einfach mein Spruch. Es schmeckt einfach sehr lecker. Auch heftig. Ich sage es euch. Ich liebe Brot über alles. In jeglicher Form. Wenn ihr mich mal fragt, ernährungstechnisch nicht das Beste. Egal, Geschmack. Bam. Auf den Punkt. Ist überhaupt jemand hinter mir? Nein. Es ist niemand hinter mir. Dann können wir uns auch gehen lassen. Das ist wie beim Sex, Leute. Das ist ein doofes Beispiel. Wenn jemand dabei wäre, könnte man sich vielleicht nicht so gehen lassen. Ich überlege gerade, ob mal jemand bei mir dabei war. Aber höchstens nebenan. Und das war immer schon Killer. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter, die hat viel mitgemacht. Da war auch mal eine Frau bei mir. Eine Frau, ein Mädchen damals. Schön, Tauchstattung gegangen. Und meine Mutter hat anscheinend alles mitgekriegt. Weil da jetzt mein Kollege Achmed geklingelt hat. Das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Habe ich nur gehört, wie sie an der Tür gesagt hat. Da würde ich jetzt nicht reingehen. Also hat sie schon was mitgekriegt. Jetzt hat sich das mit der Werbefreundlichkeit schon wieder erledigt. Fällt mir gerade ein. Ich habe schon wieder einen vollen Mund und Rede. Tut mir leid, Leute. Aber so schnell vergisst man seine Vorsätze. So, ihr kriegt gleich mein Abschlussstatement. Wie ihr seht, alles ratziker leer geputzt. Mein Wasser nicht getrunken. Ich werde es wahrscheinlich auch gar nicht mehr trinken. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, ihr kriegt gleich mein finales Kenner-Restaurant-Kritiker-Urteil. Damit ihr es seht, einmal kurz. Die Kasse ist leider kaputt. Deshalb ein handschriftlicher Zettel. Das ist der Preis 18,60. Meine finale Bewertung 18,60. Absolut gerechtfertigt. Preis durch und durch gerecht. Ich bin satt geworden. Wirklich passt sogar ein bisschen zu viel gewesen. Nudeln stopfen immer gut. Das Essen war halt 1 plus mit Sternchen. Wirklich babermäßig. Zum Ambiente, ihr habt es gesehen. Finde ich sehr schön. Also hier kann man super gut essen. Ich flash mich wieder voll rein, wie ihr merkt. Ja, also durch und durch satt geworden. Preis stimmt. Ambiente stimmt. Service stimmt sowieso. Also das ist auch hier sowieso immer der Fall gewesen. Super nettes Personal. Also es gibt nichts, was ich daran auszusetzen habe. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, Leute. Kommentiert schön rein. Ich wollte ja auch noch zum Wachtelimbiss. Ich wollte noch zu Mehmet. In dieses Video passt das nicht rein. Gut, ich könnte jetzt auch wieder ein 15, 20 Minuten Video machen. Lieber kurz und knacke ich. Dann haue ich eins mehr raus. Schreibt rein, ob ihr Bock drauf habt. In die Kommentare. Lasst mir ein Like da. Abo sowieso. Ihr kennt das Spiel. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute.